Ich bin auf dem Land aufgewachsen und habe dort wirklich viel draußen Zeit verbracht und dort Tiere und Pflanzen gesammelt und dann nach Hause gebracht und dort dann Aquarien und Terrarien gebaut und dann die Tiere dort untersucht. Und dieses Interesse für das Leben an sich und für die Diversität und das Verlangen danach wirklich die Funktion dieser Organismen besser zu verstehen, hat mich dann dazu motiviert, Biologie zu studieren. Mein Name ist Bärbel Stecher-Letsch, ich bin Professorin für medizinische Mikrobiologie hier am Max-von-Pettenkofer-Institut der LMU München. Mein Forschungsthema ist das humane Darmmikrobiom, in dem wir verstehen möchten, wie das Darmmikrobiom uns unterstützt, in unserer Gesundheit und gegen Infektionen schützt. Eine akademische Laufbahn ist eine gute Entscheidung für jeden, der neugierig ist, der wispigierig ist und der gerne selbstständig arbeitet. In meiner eigenen Arbeitsgruppe versuche ich auch, Frauen zu unterstützen, die bei mir als Doktorand oder auch Postdoktorand arbeiten, eine wissenschaftliche Karriere anzustreben. Ich finde es besonders wichtig, sie zu unterstützen, dass sie ihre Forschungsergebnisse auf internationalen Konferenzen präsentieren können, dass sie sich eigene Gelder in Form von Fördermitteln einwerben können und dass sie dann tatsächlich auch den nächsten Schritt wagen, der beispielsweise eine Postdoktorandenstelle in einem anderen Labor sein kann oder auch wirklich eine unabhängige Forschungsgruppenleiterstelle. Als Professorin habe ich einen sehr vielfältigen Arbeitsalltag. Vor allem beschäftige ich mich natürlich mit der Forschung. Wir haben ein größeres Team an Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen hier im Labor und die forschen tagtäglich an Bakterien, an Mikrobiom. Der große Vorteil, denke ich, einer akademischen Karriere ist, dass man selber sein Forschungsthema wählen kann. Man hat die Forschungsfreiheit und man kann sich seine Zeit auch sehr flexibel einteilen. Das ist dann wiederum gut, wenn man jetzt Familie und Beruf vereinbaren möchte, weil man dann eben auf unvorhergesehene Dinge auch relativ spontan reagieren kann. Und dann wird vieles möglich. Vielen Dank.